...zunichte zu machen. Ja, okay, dann kriegt der eben das... Nachschub! Na, endlich! Äh... Leckerschmecker! Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich hab auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Ich sag jetzt mal nichts. Und jetzt kriegt der das da. Nachschub! Na, endlich! Hey, Moment mal! Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Sieh dich doch mal um! Ähm... Großartiger Stoff! Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Äh, ja. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Äh! Ach du liebe Zeit! Äh, ja. Aua! Ich sag da zu jetzt mal nichts. Gehen wir nochmal wieder rein. Äh. Ach. Wie geil. Äh, hier, wo ist denn... Da! Bild! Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja. Nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool! Und jetzt... Ich will diese Säure haben. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sex, Lottie! Und sie gehört dir. Ich mach da nicht. Aber das können wir jetzt dem hier geben. Jetzt gehen wir da hin. Und jetzt... Gehen wir zu Boso und zeigen ihm die Bilder. Aber wir haben ja immer noch diesen Therapie-Scheiß da machen müssen. So. Da, jetzt hoch. Und jetzt zeigen wir dir mal die ganzen Bilder. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte! Ah! Das ist ja furchtbar! Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Okay, und jetzt zeigen wir denen das mit. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ah! Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Und du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Und das hier. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ah! Elysium fällt auf die Ponia! Wir werden alle sterben! Unsinn! Das ist Elysium! Das Sinnbild der Hoffnung! Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen! Okay, jetzt wissen wir wahrscheinlich mal. Also ich glaube, er hat da jetzt irgendwie was machen können. Hier. Äh, raus, raus, raus. Äh, hier unten lang. Und... Auf zum Therapy! Und ihn anquatschen. Ich bräuchte noch... Ja, okay. Schon wieder? Ja, schon wieder. Äh, na gut. Ähm... Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Äh, Elysium stürzt auf der Ponia. Ja, verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Ach, interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so dekutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Tja, ich habe ganz tolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Hm. Das ist der Teufel. Ein gutaussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Mhm. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie. Bitte was? Hm? Äh, ach ja. Oh weh, oh weh. Ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Mhm. Irgendwas haben wir denn hier jetzt. Nein, du kannst auch noch alles nehmen. Da haben wir noch irgendwas drin. Nö. Oder? Alle, alle. Und das bringen Brechmittel. Antidepressiva. Das, das geben wir jetzt dem Oso. Los, hier raus, raus, raus. Mal sehen, nur, dass das bringt. Los, 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 los. Bozo. Bozo. Äh, nein, ich brechmittel. Antidepressiva. Hey, Bozo. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, ah. Ja, komm schon. Ein für Mama, Bozo. Ne, ne. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher? Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Ja, dann weiß ich ja, dass wir jetzt, ja, die strechen, stressen die immer noch rum. So. Und jetzt. Zack. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Bozo unterzudubeln. Hm. Hier steht, man soll maximal zwei Tabletten am Tag nehmen. Bozo zählt aber für zwei. Und er ist frustriert für zehn. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Hm. Was, Baby, war, 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 war. Tja, was, tja, äh, pach, das gibt es doch nicht. Baby Bozo hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Bozo drin. Böser, kleiner Windelscheißer. Böser, 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 kleiner Windelscheißer. Guck mal, das ist denn jetzt wie... Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön, brav, aaaah. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Und jetzt, äh, kotzt der hier die Bude voll. Äh, kann man dem das irgendwie geht oder so? Äh, okay, jetzt reicht's. Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe. Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten. Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst. Du bist kein Held. Du bist ein Riesenarsch. Und du wirst uns alle umbringen. Aber du checkst es nicht. Weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es da nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow. Mir geht es plötzlich richtig gut. Gut, ich fühle mich so... Befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Bozo! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt! Sieht zwar aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh, Mann. Was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer. So gemein. Und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen. Bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten warst. Okay. Dann würde ich jetzt sorgen. Können wir es jetzt mitnehmen? Ja, gut. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Endlich, endlich. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Yay. Darlev, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. So, warte mal denn hier. Einfach mal durch die Tür gehen. Geht schon irgendwie. Nix da! Die Tür bleibt zu. Och man, no. Aber wir sind immerhin schon so weit gekommen. Schwarzschwein. Was bringt uns das Schwarzschwein? Mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas machen können. Das Sparschein müssen wir kaputt machen. Boah, Alter, voll der Plan. Ey. Äh, so. Und jetzt kann man doch bestimmt irgendwie hier so. Hier. Ich hab die Moneten. Die fünf Sloty? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. Sechs Sloty? Tatsache? Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Hm, jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Ich brauche die Nukleinsäure zu machen. Ja, jetzt möchte ich doch irgendwie... Ich brauche die Nukleinsäure zu machen. Ich brauche die Nukleinsäure zu machen. Ja, jetzt muss der da rankommen, aber wie? Kann man nochmal damit sprechen, ob das... Ich brauche die Nukleinsäure zu machen. Ha, ich brauche die Nukleinsäure zu machen. Ich brauche die Nukleinsäure zu machen. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist uns hier weiterhilft. Die Nukleinsäure zu machen... Ohrsteckdose, Hebel, machen wir es eben in der richtigen Egal Toll, und was machen wir jetzt? Was haben wir denn jetzt noch? B von das Sparschwein, der muss da irgendwie rankommen Hier können wir jetzt also gerade gar nichts machen Können wir jetzt hier irgendwas machen, was wir jetzt gerade so... Keine Zeit für Spaziergänge Ja, das heißt wir müssen da rein, okay Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker Es gäbe da schon eine Sache Ich wusste es Ich will eine größere Rolle Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton Ich könnte der besessene Oberst sein Greift an, greift an Folgt meinem düsteren Blick Mein Säbel ist gezückt Der Bart juckt wie verrückt Ne, lass mal Ich muss da jetzt nicht irgendwas sagen Ich könnte der sterbende Überbringer der Kriegsentscheidende Nachricht sein Ich kam auf allen Vieren Durch das feines Land gekrochen Und hing im Stacheldraht verheddert Für mehrere Wochen Im Minenficker Ne, lass Komm schon, irgendwas muss der doch machen Ich muss da jetzt rein Gibt es nicht irgendwas an? Hm, mit der richtigen Perücke könnte ich auch die weibliche Hauptrolle spielen Wo bleibt er nur? Oh weh, oh mir Ich wünschte nur, er wäre... Das kann man noch... Pff, ne Ich muss da jetzt... Gibt es... Gibt es... Gibt es... Gibt es... Gibt es... Och man... Kann der nicht irgendwie einfach hier... Was soll das sein? Meinn Verzieh dich Und das hier... Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht Und dann das... Was soll das sein? Moin Fetzi Och man, kann man hier irgendwie kombinieren Das würde sich nicht hoffens wo soll Das würde sich nicht hoffens wo soll Okay, hier kann man also damit nix machen Was haben wir jetzt hier? Wir können hier doch auch gerade gar nichts machen Vielleicht können wir... Irgendwie das Baby von... Es ist gerade so spannend Da möchte ich...